So, also Schuppen. Also das schaffe ich nicht. Der hat ja auch einen Mund wie ein Klärwerk. Mo, hallo und herzlich willkommen zur Kühlbox, das versteckte Talent. Und ich weiß, dass du viele Talente, aber ich glaube, dass wir noch nicht alle Talente von dir wissen oder kennen. Was kannst du denn noch so alles? Also ich kenne ein Spiel, das heißt 52 Hebauf, aber da brauche ich halt einen, der mitspielt. Wärst du dabei oder? Du kennst das Spiel. Okay, also das Spiel kennst du. Ja, drei Bälle. Ich könnte versuchen, mal zu jonglieren. Ich kann das nicht ganz so gut wie du. Stark. Dankeschön, danke. Ansonsten war es das, glaube ich, mit den versteckten Talenten. Was kannst du mit der Wasserflasche? Kannst du das Wasser verschwinden lassen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich könnte einen Schluck raus trinken, aber mehr ist mir bisher nicht eingefallen mit einer Wasserflasche. Wir hatten einen Spieler aus Mannheim, den Korbinian Holzer. Der hat die Wasserflasche in 19,5 Sekunden ausgetrunken. Der hat ja auch einen Mund wie ein Klärwerk. Also das schaffe ich nicht. Musikalisch vielleicht irgendwas mit der Hand? Wenn du singst, dann stimme ich mit ein. Was möchtest du singen? Schön, dass du den Spieß umdrehst. Stimm mal ein, ja. Achso, ich muss mit vor ins Set. Komm, jetzt trau dich doch mal. Sei nicht so schüchtern, komm. So, jetzt gib mir mal so eine Kopfstimme. Ah. Ah. Nee, kommst du höher. Ah. Ja, ja, genau. Ah. Ah. Jetzt wechselst du die Baustimme ein bisschen tiefer. Ah. 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 Ich kenn sie nicht... Ach so. Und ming Hetz da lieg mer auf de Zigon. Na 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 la na 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 la 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 Denn ich bin nur ne Kölsche Jungs. Und mein Herz, das liegt mir auf der Zung.